In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre digitale Ausgabe von Musik und Unterricht ganz einfach aus dem Online-Shop herunterladen und nutzen. In einer E-Mail erhalten Sie einen Gutscheincode und einen Link zur aktuellen Ausgabe der Musik und Unterricht. Folgen Sie dem Link zur aktuellen Ausgabe im Online-Shop. Dort öffnen Sie unter Abo den Dropdown und gehen auf Ja. Unter Art öffnen Sie den zweiten Dropdown und gehen auf Download. Klicken Sie nun auf den Warenkorb. Geben Sie nun Ihren Gutscheincode aus der E-Mail ein. Sie sehen, dass der Betrag auf 0 Euro wechselt. Gehen Sie weiter zur Kasse. Wenn Sie bereits etwas bei uns im Online-Shop bestellt haben, loggen Sie sich mit Ihren Kundendaten ein. Wenn Sie bisher noch nicht online bei uns bestellt haben, legen Sie bitte einen neuen Kundenzugang an. Wählen Sie als Zahlungsart Rechnung auf. Natürlich werden weiterhin 0 Euro aufgerufen. Setzen Sie den Haken beim Widerrufsrecht und bestätigen Sie auf Zahlungspflichtig bestellen. Klicken Sie bei der Bestellbestätigung auf Download-Bereich. Dort finden Sie die ZIP-Datei zum Herunterladen. So können Sie mit Ihrer digitalen Version von Musik und Unterricht arbeiten. Wenn sich die ZIP-Datei nicht automatisch entpackt, klicken Sie mit einem Rechtsklick auf die Datei und wählen Alle extrahieren. Die Datei entpackt sich dann an einem von Ihnen definierten Ort. Sie wird dort als normaler Ordner abgelegt. Nach dem Entpacken der ZIP-Datei können Sie die Datei natürlich so ablegen, wie Sie möchten. Sie können sie auch in Ihrer persönlichen Cloud speichern, damit Sie überall Zugriff auf Ihr Unterrichtsmaterial haben. Achtung! Achten Sie beim Ablegen der Dateien unbedingt darauf, dass Sie den Gesamtordner als Ganzes ablegen. Nur so bleiben alle Links zu den Materialien erhalten. Wenn Sie einzelne Artikel aus dem Heft gesondert ablegen möchten, achten Sie bitte darauf, dass Sie den jeweiligen Ordner kopieren und einfügen. Öffnen Sie nun das PDF. Der Vorteil der digitalen Version? Die Verlinkungen erleichtern Ihnen das Lesen Ihrer Musik und Unterricht auf allen Endgeräten. Sie helfen Ihnen dabei, durch einen einfachen Klick das gewünschte Material anzusehen. Sie finden auch immer wieder schnell zum Inhalt zurück. Die Verlinkungen von Videos und Hörbeispielen greifen dabei auf externe Programme zu. Oder Sie sind nun in der Lage, innerhalb der aktuellen Ausgabe oder später auch ausgabenübergreifend nach Schlagworten zu suchen. Natürlich können Sie die Arbeitsblätter weiterverarbeiten. Das funktioniert am besten mit einem PDF-Reader. Mit den meisten Versionen können Sie zum Beispiel einen Schnappschuss erstellen oder andere Tools anwenden. Wir empfehlen, wenn Sie keine Programme wie WinZip auf Ihrem Smartphone haben, öffnen Sie die Datei zunächst auf Ihrem PC und laden Sie die Dateien dann entpackt auf Ihr Smartphone. Noten und Arrangements können Sie über die mitgelieferten XML-Dateien direkt in Ihr Notensatzprogramm laden und bearbeiten. Rechtlicher Hinweis, bitte geben Sie Ihren persönlichen Download-Code nicht an andere weiter. about-